herzlich willkommen zu diesem neunten von zehn videos in dem fall geht es jetzt hier um die frage wer ist schneller als der asteroid damit ist hier natürlich bei quizlet gemeint der modus schwerkraft spielen diese schwerkraft spielen gibt es nicht für die app sondern nur für das webinterface das heißt man kann das nur über quizlet.com spielen du logst dich eindeutiger schon kurz registriert hast du den quiz ausgewählt aus hier herunten dann wiederum diese fragen und antworten das heißt auf der linken seite den begriff und die definition du kannst du wiederum dann anschauen welche diese begriffe und definitionen für dich dann vielleicht besonders spielenswert oder eher schwierig sind kannst du wenn du auf alle gehst dir alle anzeigen lassen du kannst dann hier durchgehen und schauen das möchte genau anschauen gibt es dann ein sternchen oder nicht du kannst dementsprechend dann auch nur mit denen begriffen spielen bei denen du ein sternchen gesetzt hast das mache ich jetzt hier mal und gehe dann in diesem modus schwerkraft spielen das geht dann da herein man sieht schon hier eine aufmachen also hier über so kleine astroiden fallen dann herunter gehe auf los geht's das spiel und dann werde ich gefragt soll es einfach sein soll ich mit allen begriffen machen nur mit denen von stern wo ich ein sternchen gesetzt habe womit sollte es beginnen ja ich gehe jetzt mal auf los pass auf die astroiden auf wenn sie herunter kommen und den begriff zweimal eingibst werden sie deinen planeten zerstören jetzt unten ein muss also wieder etwas tippen werden muss wirklich schauen dass ich genau tipp es kommt auf groß und kleinschreibung auch tatsächlich an nicht umsonst habe ich mir etwas leichter dann die geschwindigkeit gewählt österreich wäre wien dann noch alles kommt ungarn budapest was kommt da noch spanien wäre dann madrid sie mich nicht für tippe dann frankreich wäre dann paris jetzt habe ich mir ein verdiebt ob das zu groß geschrieben gehabt dann was kommt das nächstes tschechien wäre dann prag ich habe es richtig getippt und ja ich habe es geschafft bekommen dann in den nächsten level wo die ganzen dinge dann halt dann die astroiden nämlich dann etwas rasch herunter komme ich mich dann beeilen müsste ja pause wenn ich von ihnen gestört werde neu starten und der gleiche mehr sie muss vom spiel kennt ja wer spaß und freude daran hat hier vokabeln oder sonstiges dann zu erraten und dann versucht dann die erde zu retten für den ist dann diese schwerkraft spielen dann sicherlich daran der richtige weg um mit spiel und spaß seine vokabeln dann zu lernen das nächste video ist dann ein highlight dieser zehn videos da geht sich dann um quizlet live da verspreche ich dir dann besonders viel spaß aber auch besonders viel sinn was teamwork und gruppenarbeit betrifft also wir sehen uns dann sicher wieder im zehnten video